Bieriges aus der Brauwelt. Schönes Leben hier. Riegele, das Genießerbier. Es ist gute Tradition. Jedes Jahr wird speziell für das Stadion des AEV, also für die Augsburger Panther, von Riegele das Panther Pur eingebraut. Ein Bier, das malzaromatisch und kräftig ist, wie es ja auch die Sportler sind, von denen einige zu diesem Termin extra ins Brauhaus kamen. Ja, das haben wir vor 21 Jahren angefangen und haben da wirklich ein spezielles Bier für diese spezielle Panther-Truppe eingebraut. Natürlich ist das schwarz, es ist dunkel, es ist stark, wie die Panther sind. Und deswegen gibt es da Chocolatmalz drin, da gibt es doppelt gebranntes Malz drin, dass es ein richtiges Bier ist, das zu den Pantern passt. Ansonsten tut sich aber auch anderswo viel in der Welt des Bieres. Zu erleben im neuen Lauterbacher am See. Lauterbacher am See ist schön am Autobahnsee gelegen, bietet eine schöne Location für die Badegäste am See oder aber Wanderer, Spaziergänger, die zünftige bayerische Kost genießen möchten und ein schönes Bier haben wollen. Wir haben einen Biergarten von 380 Plätzen derzeit, haben einen selbstbedingten Biergarten. Das Besondere hier ist das Lauterbacher Weißbier. Ist halt eine Weißbier-Legende, die jetzt wieder in den gastronomischen Zweig zurückkehrt. Bald wird man hier auch große Feiern ausrichten können. Ein Besuch im Biergarten lohnt sich aber schon jetzt unbedingt.